Okay, ihr dummen Hörer-Söhne, hört mir jetzt mal zu. Sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, aber 20.400, halt dein Drecksvoll, Alter. So, warum sind so viele YouTuber pleite? Ken Klängern hat ein Video gemacht. Sind denn so viele YouTuber pleite? Bin ich bescheuert? Also wenn jetzt noch ein neuer Streamer kommt, 500.000 verdient und dann drei Jahre später Steuerschulden hat, den hau ich eine rein. Kommen wir zum Punkt. Hm, warum sieht ein Trimax aus wie Carl S.? ...später Steuerschulden hat, den hau ich eine rein. Kommen wir zum Punkt. Ich bin pleite. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Uff, glatze gleich Carl S.? Naja, ich wollte jetzt nicht sagen, wie ein Skinhead. Ich fand Carl S. eigentlich sympathischer. Oder Lex Luthor. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Tanzverbot ist pleite. Mal wieder, schon wieder ein YouTuber, der kein Geld mehr hat. Ich hab das Gefühl, alle paar Monate und Jahre meldet sich mal wieder einer und sagt, ey, hier, sorry Leute, kein Geld mehr da. Und ich hab mich gefragt, woran liegt das eigentlich, dass ständig irgendwelche Influencer kommen und sagen, ey, sorry, ich bin leider privat insolvent. Darauf werden wir heute eingehen, das werden wir heute klären. Oh, ich bin gespannt. Das ist ja genau mein Thema, Digga. Als ihr es auch nicht mitbekommen habt, Tanzverbot hat ein Video gemacht, wo er sagt, dass er sehr hohe Steuerschulden hat. Also er ist nicht insolvent, er hat nur sehr viele Schulden. Und der Grund ist für ihn eigentlich auch relativ schnell gefunden. Jedenfalls hat mich das inspiriert. Dann hab ich angefangen, auch auf einmal teure Markenklamotten zu kaufen. Dann hab ich zweimal in der Woche teure Markenklamotten gekauft. Dann dreimal, dann viermal. Und ja, was soll ich sagen, daraus hat sich dann so eine, naja, so eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Blöd natürlich, wenn man sich tausend Luxus-T-Shirts kauft und dann am Ende merkt, ah, so richtig Geld ist jetzt nicht mehr da, um die Steuer zu bezahlen, ne? Und viele so, ey, hast du dafür nicht einen Steuerberater? Doch, hat er. Ich bin kein Steuerfachprofi. Ich hab meinen Steuerberater dafür, der ist sehr gut. Und bis heute ging auch alles einwandfrei. Weil ich bin bei einem Steuerberater, der im Fachbereich für Stream und YouTube und so ist. Da sind sehr, sehr viele große Streamer, sind bei dem Steuerberater. Der ist wirklich, der ist gut. Und ich muss sagen, das Ganze wirkt, im Gegensatz zu manchen anderen YouTubern, sehr reflektiert. Er weiß, woran es lag. Er weiß, was passiert ist. Er weiß, was er dagegen machen muss. Finde ich es lustig? Nein. Geld verdienen. Komme ich da weg? Ich denke schon. Wird es dauern? Ich denke schon. Es ist... Ich hab's verkackt, Leute. Und ich bin der Meinung, er wird da auch wieder rauskommen. Ja, mit ein bisschen harter Arbeit und vernünftig wirtschaften kriegt er das auf jeden Fall hin. Und es ist schon mal gut. Und der erste Schritt, dass er überhaupt checkt, dass er einen Fehler gemacht hat und den Fehler nicht nochmal und weiterhin macht. Aber ich fand's doch irgendwie merkwürdig, denn Tanzverbot hat seinen Kanal 2014 gegründet. Der ist jetzt nicht irgendwie neureich oder so. Der macht das schon ein paar Jahre. Wie kann das eigentlich passieren? Und wie kann das immer wieder Leuten passieren? Das passiert tatsächlich sogar so oft, dass MadeMyDay schon vor drei Jahren ein Video gemacht hat mit dem tollen Titel Fünf YouTuber, die pleite sind. Wenn es schon eine eigene Kategorie dafür gibt, dann muss die Situation wirklich schlimm sein. Naja, es sind... Also der Hauptgrund dafür ist halt auch... Also erstens ist es unheimlich... Also das sind halt Solo-Selbstständige, ne? Wenn da Streamer oder irgendwelche YouTuber sind, werden das kaum Leute sein, die ne GmbH gründen, sondern es werden irgendwelche Solo-Selbstständigen sein. Und die... Als Solo-Selbstständiger in Good Old Germany bist du in der... Im Wurstkäse-Szenario, was so Steuern angeht. Da bist du einfach gef***t. Besonders, weil sich als Solo-Selbstständiger nicht wirklich... Weil sich in der Kategorie halt auch wirklich Maximalverdiener befinden, ne? Die sind... Die sind halt echt... Die sind gut... Die verdienen gut Geld, ne? Und dann knallt die Steuer aber mal richtig rein. Und das ist... Das wird halt alles sofort mit der Einkommensteuer belegt. Also kurze... Kurze... Ne? Kurze Einschätzung. Als Solo-Selbstständiger kriegst du... Musst du halt sofort Einkommensteuer drauf zahlen. Wenn du das in deine Firma machen würdest, müsstest du das nur auf dein Gehalt machen. Und das ist ja ein Unterschied, wenn die Firma etwas verdient, ne? Und dann machst du eine GmbH und dann ist das da... Musst du andere Steuern zahlen und du zahlst dir ein Gehalt aus, dann sind das Unterschiede. Aber so wird dein gesamtes Einkommen mit der Einkommensteuer belegt. Also das ganze Ding ist ziemlich krass. Und sie sind... Das ist das Erste. Und das Zweite ist... Und sie sind halt extrem jung, ne? YouTuber, Influencer, Streamer sind halt im Durchschnitt... Ich bin da eine große Ausnahme... Extrem jung. Und ich mein, ey, wenn wir mal zurückdenken, wir erinnern uns alle, ja? Paradebeispiel dazu. Apurett, der den Insi-Modus aktiviert hatte, weil leider kein Geld mehr da war. Jahrelang wurde geflext mit dem Lamborghini. Aber was ist daran so schwer, zwei Konten zu haben und 50% jeden Monat darüber zu weisen, um abgesichert zu sein? Weil 50% brauchst du nicht, um abgesichert zu sein. Du musst die ersten Jahre deiner Solo-Selbstständigkeit alles aufsparen. Das ist ja nicht... Das ist ja nicht der Krux, denn es geht hier nicht um die Sachen, die in der Vergangenheit bezahlt werden müssen, denn das könnte man bezahlen. Es geht um die Vorauszahlung und die Schätzung. Da ist nichts mit... Die wollen nicht das Geld, was du verdienst. Die wollen das Geld, was sie glauben, dass du verdienst. Also da geht es nicht um das, was du hast, sondern in vielen Fällen geht es um das, was du haben wirst. Das ist super weird. Aber ich habe das schon mal erklärt. Mach das in diesem Zusammenhang nochmal. Wenn du an einen Punkt kommst, an dem deine Einnahmen über einen gewissen Prozentsatz raus skalieren, dann sagt dir die Finanzbehörde unter Umständen, okay, das ist cool. Wir brauchen für das letzte, für das vergangene Jahr nochmal ein bisschen Geld. Wir brauchen für das aktuelle Jahr ein bisschen Geld und wir brauchen für das nächste Jahr ein bisschen Geld. Die skalieren mit deinem potenziellen Verdienst mit. Und dann hast du nicht eine Summe vom... Du hast nicht eine Summe vom... Die du bezahlen musst, sondern du hast dann dieses Drei-Jahres-Problem. Und das bricht dir das Genick. Und das hast du relativ früh. Es ist nicht so, dass du das hast, wenn du zehn Jahre wirtschaftest, sondern das kannst du haben, wenn du ein beziehungsweise zwei Jahre schon selbstständig bist. Und das ist bei weitem nicht genug, um das Kapital aufzubringen, um sowas unter Umständen verhältnismäßig abzufangen, wenn du dich nicht vollends darauf vorbereitest. Ich möchte ganz kurz sagen, in welcher Größenordnung das bei mir stattgefunden hat. Ich hatte dieses auch. Ich hatte auch das Drei-Jahres-Ding. Meine Drei-Jahres-Zahlung waren 150.000 Euro. Für das letzte, für das laufende und für das nächste. Und der einzige Grund, warum ich das bezahlen konnte, und das ist kein Joke, ganz offen von der Leber hinweg geredet, ist, weil ich kein Geld ausgebe. Für nichts. Ich existiere, um zu streamen. Das ist, was ich mache. Das ist, was ich liebe. Ich habe ein bisschen was für die Hunde. Das war es. 150 Riesen weg. Und das war alles. Das war, das war, die, also, das war schon ein guter, das war ein guter Haufen meines gesamten Vermögens. Und das war einfach weg. Und ich habe nicht über meinen Verhältnissen gelebt. Ich würde sogar sagen, ich habe ziemlich, ziemlich moderat gelebt. Und das hat es, das kommt, das kommt. Und dann, wenn du das überwindest, dann stellt sich das ein. Du kriegst dann größere Abschlagszahlungen und sowas. Und das ist dann, das ist aber eine Summe zu einem Zeitpunkt für drei Jahre. Für das Vergangene, für das Laufende und für das Nächste. Mit dem Range Rover, mit Klamotten, mit Schuhen, leider alles jetzt weg. Und jetzt offensichtlich wie Mimi herauskommt. Das passiert nur einmal. Also in der Regel ist es so, dass das einmal passiert. ...gestellt hat, hochverschuldet und Privatinsolvent. Oder KS-Freak, der einen ähnlichen Lifestyle gelebt hat. Ja, auch ständig Party, Lamborghini gefahren, dicke Karren, Klamotten und so. Und 2019... Dann hast du also schon zwei Jahre keinen Cent gezahlt. Nein, du hast nicht zugehört. Eure Steuererklärung wird ja auch im Nachhinein gemacht. Und so passiert das in der Erfahrung auch bei jemandem selbst mit einer, selbst mit einem Steuerbüro. Ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Und dieses Steuerbüro macht diese Erklärung und dann kommt das Finanzamt, wenn du über einen gewissen Threshold bist und die wollen dann Garantien. Und diese Garantien ist für das letzte Jahr, für das laufende Jahr und für das nächste Jahr. Also, stell dir vor, es ist 2022. Oder, nee, ich glaube, wie, warte mal, wie ist denn der Richtige? Es ist 2022. Du machst deine Steuererklärung für 2021. Die geht weg. Und dann meldet sich das Finanzamt und sagst, ey, es ist richtig cool, dass 2021 so gut gelaufen ist. Gib uns dafür mal 60.000 Euro. Und du sagst, cool. Dann sagen die, und da wir wissen, dass es bei dir so gut läuft und unsere Hochschätzungen, deinen Bilanzen entsprechend, für 2022 auch so gut sind, gib uns schon mal vorher für 2022 40.000 Euro. Das hast du noch nicht verdient. Das ist noch nicht da. Das ist nicht, das ist der Gedankengang dahinter. Die Leute sagen ja immer, das sind, die haben das schon verdient. Das ist nicht so. Und dann gibst du den 40.000. Und dann sagen die, ach, und für 2023 wollen wir dann auch noch eine Vorauszahlung. Das sind dann auch nochmal 60.000, weil wir glauben, dass dein, dass dein, dass dein Unternehmen wächst. Und dann bezahlst du für drei Jahre auf Basis dieser Skalierung im Wurstkäse-Szenario. Also es muss auch, das ist halt die Steuervorauszahlung dann. Du kannst dann dann für drei Jahre, ein Jahr hast du verdient und für zwei Jahre bezahlst du, weil die glauben, dass du verdienst. Und darauf musst du vorbereitet sein. Und das ist really, das ist for real. Darauf musst du vorbereitet sein. Weil das kommt. Das kommt. Da sind, da werden, da gehen eine Menge Leute dran Bruch. Und das, was man dann macht ist, kenne ich in vielen Fällen, auch in Influencer-Fällen, na, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber auch in Influencer-Fällen, werden dann Rahmenbedingungen für Ratenzahlungen eingebaut. Weil du kannst viele, einige können sowas gar nicht machen. How the fuck sollst du sowas machen? Und dann sagen die Ratenzahlungen. Dann sagst du, okay, ich kann jetzt nicht einfach 80.000 Euro bezahlen, wie kann ich das machen? Und dann machst du Raten. Und dann bist du hoch verschuldet beim Finanzamt. Und zack, bist du vom fucking Staat verschuldet, obwohl die das Geld von dir wollen, was du noch nicht verdienst hast, im Rahmen der Vorauszahlungen? Ich hab das schon mal erklärt, aber das ist so die, das ist so das, was hier viele erwischt und das ist auch das, was Tanzverbot erwischt hat. Das sagt er auch in seinem, in seinem Video. Das ist genau das, was ihn erwischt hat. Was ihn auch seinen Zuschauern sagen musste, ey, ich bin pleite. Der nach eigenen Angaben massive Steuerschulden hatte, die vor allen Dingen daran lagen, dass er einen sehr ausschweifenden Lebensstil die ganze Zeit gelebt hat. Laut Berichten wurde das Insolvenzverfahren gegen ihn im Januar 2023 eröffnet. Er ist jetzt also da drin. Was ich echt krass fand bei einem YouTube-Kanal, der eine halbe Milliarde Aufrufe insgesamt generiert hat. Da muss so viel Kohle bei zusammengekommen sein. Plus Instagram, die ganzen Placements, die er gemacht hat, Merchandise und alles. Das ganze Geld weg. Krapi, wir erinnern uns, guter Kollege von KSFreak, gleicher Lebensstil, gleiche Situation, große Steuerschulden, Kohle weg. Der irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatte, dass man auch Steuern manchmal zahlen muss. Mensch. Aber ich bin richtig dumm, aber ich hab trotzdem eine Million am Konto. Und das gönne ich dir. Versteuern? Was? Und immer wieder melden sich YouTuber, die nicht in der Privatinsolvenz sind, aber die sagen, ey, ich hab ganz, ganz große Steuerschulden. Zemex hatte letztens noch in einem Video gesagt, dass er 100.000 Euro Schulden bei der Steuer hat. Und das, nachdem er meinte, er hatte teilweise 200.000 Euro auf einem Konto. Wie kann einem das immer wieder passieren? KuchenTV hatte schon ein Video dazu gemacht, dass er Steuerschulden hat. Moji hat dazu ein Video gemacht, dass er Steuerschulden hat. Ja. Über 100.000 Euro. Was zum F*** ist da eigentlich los? Zum Glück habt ihr auf dieses Video hier geklickt. Das werde ich euch erklären. Vielleicht wollt ihr euch einfach nur so allgemein informieren oder ihr seid junger Aufstieg. Das betrifft viele. Also ich glaube, dass dieses System gerade in der Solo-Selbstständigkeit ganz vielen nicht klar ist, dass auch irgendwie komischerweise von Steuerberatern nicht transferiert wird. Also I don't f***ing know, warum Steuerberater da nicht mehr sensibilisieren. Das musst du einfach wissen. Und wenn du das weißt, bereitest du dich darauf eigentlich nur vor. Also du verdienst, da ist der Spruch, also das ist das, was man sagen kann, da ist der Spruch, du arbeitest erstmal nur für die Steuer vollkommen richtig. Es gibt diesen Moment, wo du das tatsächlich tust. Und das hat nichts. Und ich möchte das nochmal sagen, weil viele von euch das glauben, in diesem besonderen Fall hat das nichts, überhaupt nichts mit dem Bezahlen einer Schuld der Vergangenheit zu tun, sondern es ist eine Schätzung der Gegenwart und der Zukunft. Das ist so, als würde das Finanzamt zu euch kommen und sagen, sie wollen steuern, eine Vorauszahlung, das ist gängig im selbstständigen Business, aber die wollen eine Steuer haben für etwas, das du nächstes Jahr noch nicht verdient hast. Und das ist ungewohnt, besonders wenn man da keine Erfahrung hat. Darum sind Steuerberater da in die Pflicht zu nehmen, das zu erklären auch. Deshalb hier, ein paar Tipps für euch, wie ihr nicht pleite geht. Vorneweg müssen wir einmal kurz sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Pleite sein und Insolvent sein. Wenn du pleite bist, hast du kein Geld mehr. Du hast vielleicht sogar Schulden und weißt nicht, wie du deine Rechnung bezahlen sollst. Insolvenz ist aber eher ein rechtlicher Begriff. Wenn du nämlich pleite bist und noch Leuten viel Geld schuldest, kann ein Insolvenzverfahren eröffnet werden. Das ist dann eine rechtliche Sache, es gibt das Insolvenzrecht, es wird dann ein Verfahren eröffnet, du musst all dein Vermögen niederlegen, alle Schuldner werden eingetragen und das Ganze ist ein sehr großer bürokratischer Aufwand und macht wirklich über ein paar Jahre gar keinen Spaß. Eigentlich ist die Privatinsolvenz deutlich besser geworden, oder? Wir haben doch jetzt eine Privatinsolvenz von drei Jahren. Es ist nicht mehr sechs, es sind glaube ich drei Jahre und dann hast du, bist du durch. Also es ist sehr gut. Das Privatinsolvenz-Ding ist echt lächerlich gut geworden. Wusstest du das damals, wurdest du damals vorgeworden, als das, was das angeht? Nein, nein, wurde ich nicht. Ich wurde auch nicht vorgewarnt. Ich bin nur ein, ich hatte nur Glück, weil ich ein No-Lifer bin. Ich hatte nur Glück. Ganz ehrlich. Hätte mir genauso passieren können. Kleine Erklärung zu diesen beiden Begriffen. Man kann also pleite sein, ohne insolvent zu sein. Aber woran liegt das jetzt eigentlich? Und wir haben schon ein Wort immer die ganze Zeit gehört, nämlich Steuern. Alle diese Leute und bestimmt noch ein paar Influencer mehr da draußen haben Schulden beim Finanzamt, weil sie ihre Steuern nicht zahlen können. Und ich möchte jetzt hier auch keine Debatte über Steuern. Ja, ich finde Steuern per se eigentlich ein gutes System. Ich freue mich, dass die Feuerwehr kommt, wenn es brennt und der Krankenwagen, wenn man verletzt ist und man Straßen hat, auf denen man fahren kann und Strom und Wasser und alles. Aber YouTuber sind in einer besonderen Situation, denn YouTuber sind selbstständig und da ist das mit den Steuern ein bisschen schwieriger, als wenn man angestellt ist. Wenn du irgendwo angestellt bist, wirst du ja für deine Arbeit bezahlt. Dann bekommst du einen Bruttolohn. Äh, und davon kaufe ich mir dann haufenweise Balenciaga-T-Shirts? Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Davon gehen nämlich die Steuern ab und dann bekommst du den Netto-Lohn. Bruttolohn, Steuern abgezogen, Netto-Lohn. Und davon kannst du dir dann den ganzen überteuerten Luxus-Shirts kaufen. Wenn du angestellt bist, passiert das Ganze automatisch über deinen Arbeitgeber. Du kannst dir also sicher sein, das Geld, was auf dein Konto kommt, das darfst du auch ausgeben, das gehört dir. Bei Selbstständigen ist das aber nicht so. Die müssen sich nämlich selber darum kümmern, dass das Geld, was eigentlich der Staat bekommen soll, von ihrem Konto auch dahin geht. Dafür gibt es dann Steuererklärung und Steuervorauszahlung. Das ist ein ganz großes, kompliziertes System. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und ich kann das zum Beispiel auch nicht besonders gut und viele da draußen auch nicht. Und deshalb gibt es Steuerberater. Ja. Wenn man also Influencer ist, geht man am besten zu einem Steuerberater, gibt ihm das ganze Steuerzeug und der macht das dann für dich, dass du auf der sicheren Seite bist. Denn ohne bist du ziemlich gefi- Und trotzdem ist das Ganze ein bisschen kniffliger. So knifflig, dass das Bundesfinanzministerium sogar extra dafür eine PDF rausgebracht hat mit dem Titel Ich bin Influencer, muss ich Steuern zahlen. Ja. Die Antwort ist ja. Wenn du aber schon da unten anfangen musst, weißt du, in welchen Bereichen du dich bewegst. Erster Tipp, falls ihr also gerade ein bisschen Geld über Social Media verdient habt, lest euch gerne mal diese PDF durch. Da wird nämlich erklärt, ey, es gibt verschiedene Formen von Steuern, die du zahlen musst. Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Und da wird das eigentlich relativ simpel erklärt. Bist du selbstständig, also kein Arbeitnehmer und hast wieder Die Gewerbesteuer ist sch***egal, die Umsatzsteuer ist auch sch***egal, ist eine fließende Koste, die kannst du auch weitergeben. Das, was dich f***t, ist die Einkommenssteuer. Holt eine Gewinnabsicht, dann bist du einkommenssteuerpflichtig. Das Geld, was du verdienst, muss versteuert werden mit Einkommenssteuer. Da gibt es einen Grundfreibetrag pro Jahr, alles darüber hinaus, Steuern drauf. Dann musst du das Ganze anmelden und eine Steuererklärung machen, damit der Staat auch weiß, wie viel du dem eigentlich zahlen musst. Dann gibt es aber auch noch die Gewerbesteuer. Wenn dein Gewerbeertrag über 24.500 Euro liegt, dieses Jahr Steuern für Gewinne 2024 vorauszahlen, sorry, aber das gibt es nicht. Hä? Da gibt es sogar einen Begriff dafür, die Vorsteuer, beziehungsweise Steuervorauszahlung. Natürlich gibt es das. Google mal, Google mal Steuervorauszahlung. Pro Jahr musst du Gewerbesteuer darauf zahlen. Einfach zweite Steuer. Ach du Scheiße. Und dann gibt es noch das Umsatzsteuergesetz. Demnach bist du als Influencer Unternehmer, wenn du selbstständig und mit Wiederholungsabsicht einer... Du zahlst dieses Jahr für 2023 und für 20.000 Euro, kannst du erst am 10.03.20.000 Euro... Okay, ihr dumme höhere Söhne, hört mir jetzt mal zu. Das Beispiel, was ich vorhin gemacht habe, ist, um zu verdeutlichen, in welche Bedürfung man kommen kann, dass du jetzt unter Umständen rein technisch, wenn du eine Steuererklärung machst, nicht fürs nächste Jahr bezahlt. Darum geht das gar nicht. Es geht darum, dass man in den Moment reinkommt... Ey, diese dummen B***er, ehrlich, ne? Wollen mir hier eine Sch*** vormachen. Dass du in den Moment reinkommen kannst, indem du eine Größe erreichst, wo die Vorauszahlung für die Gewinne, die du noch nicht erbracht hast, weil das Finanzamt deine Einnahmen schätzt, einfach schätzt. Und dann bezahlst du den Wert, den die schätzen, weil sie glauben, dass du das wieder verdienst. Und das kann in das großsogenannte Drei-Jahres-Problem reinkommen. Das Letzte, das Laufende und das Nächste. Und wenn alles zusammenkommt, ohne die Krankenkasse, dann bist du schnell gef***t. Sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, ey, aber 20-4, halt dein Drecksmaul, Alter. Hä? Warum sollte man... Was? Das passiert. Das bricht Leuten das Genick. Warum labern die Leute deswegen rum? Na? Ist das so ein... Weiß ich nicht. Das verstehe ich. Das ist doch... Passiert doch. Wenn du erzielst, dann musst du auch noch Umsatzsteuer zahlen. Meistens wird die mit überwiesen, wenn du Geld von anderen bekommst. Das ist so ein durchlaufender... Genau, durchlaufender Posten. Posten muss man aber trotzdem zahlen. Ja, Umsatzsteuer ist aber entspannt, Alter. Das Einzige, was ein bisschen kompliziert ist, das passiert auch, wenn du aus der sogenannten Kleinunternehmerregelung die... Damals war die deutlich weniger. Ich weiß jetzt, wie hoch ist der Freibetrag für die Umsatzsteuerbefreiung beim Kleinunternehmer? Da gibt es zwei Messwerte. Der erste ist irgendwas um die 20.000. Beim zweiten Jahr kann man auch noch mal auf 40.000 hochgehen, dann ist man noch befreit und das dritte Jahr muss man die dann machen. Aber es gibt 20.000, 22.000. Genau, aber das kann ein bisschen schwierig werden oder wenn man da so einen Übergang hat, das hängt immer ein bisschen davon ab und dann kann das auch mal huckelig werden, aber das ist nicht so wild. Dann gibt es eine Umsatzsteuervoranmeldung und du musst es vorauszahlen, irgendwie monatlich oder vierteljährlich oder sowas. Mein Gott, Steuern und mehr Steuern und noch mehr Steuern. Da bleibt ja gar nichts mehr übrig von meinem schönen Geld, womit ich mir Lamborghinis und Balenciaga-T-Shirts kaufen kann. Richtig, liebe Kinder. Und genau das ist der Grund, warum viele Influencer auf Madeira chillen. Oh, die NR... Die NRG. Was haben wir letztens gesagt? Die NHG oder NRG-Richtlinie. Ausländisches Geld ist in Madeira bis Ende 2023 Einkommenssteuer befreit. Huch! Für zehn Jahre. Das heißt, wenn eure Lieblings-Influencer bis zum 31.12.2023 noch auf Madeira ziehen, dann haben die zehn Jahre auf Basis der NRG-Regelung eine Einsatz... eine Einkommenssteuerbefreiung. Das wird ab den 1.1.2024 geändert und... Ja. Aber ist auch da. In Portugal muss man nämlich deutlich weniger Steuern zahlen. Das nur am Rande. Das Ganze war sehr, sehr... Ich will das nochmal... Moment, stopp. Ich will nochmal reingehen. Das ist nicht deutlich weniger. Das ist halt einfach NHR-Status. Ihr könnt einfach mal googeln. NHR-Status Portugal. Das ist die absolute Einkommenssteuerbefreiung für ausländisches Geld. NHR-RNH-Status. Was ist der nicht gewöhnliche Einwohner? NHR. Nicht gewöhnliche Einwohner. Es handelt sich um das portugiesische Sondersteuersystem, das für ausländische Einkünfte natürlicher Personen gilt. Besonders im künstlerischen Bereich. Dieses Programm wurde speziell für Personen entwickelt, die ihren Wohnsitz nach Portugal verlegen möchten. Personen, die sich für das Regime der nicht gewöhnlichen Einwohner qualifizieren, gelten für Steuerzwecke in Portugal als Einwohner und werden zu einem ermäßigten Satz besteuert. Keine Einkommenssteuer. Der NHR-Status gilt für einen Zeitraum von zehn aufeinander folgende und nicht verlängerbare Jahre. Es sei denn, der Steuerpflichtige wird für einen Zeitraum von fünf Jahren steuerlich gebietsfremd, bevor er sich erneut für die Regelung bewirbt. Man könnte also sagen, dass wenn dieser Status beantragt wird in Portugal, dann hast du keine Einkommenssteuer. Das maderianische Portal, also die Madeira-Homepage, sagt mittlerweile, Zitat, wir möchten Sie darüber informieren, dass das NHR-Programm zum 31. Dezember 2023 endet. Wir raten dringend davon ab, Beantragung dieser Regelung vor dem 30. November 2023, um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. Bitte ergreifen Sie umgehend Maßnahmen, um die Vorteile dieser Regelung nutzen zu können. No? Sehr vereinfacht dargestellt, bitte hört nicht auf mich, holt euch einen Steuerberater. Und wenn ihr da jetzt sitzt und euch denkt, boah, ja, ey, das ist echt komplex, oder? Ja, das ist nämlich so komplex, dass sogar das Finanzamt sagt, dass das kompliziert ist. Ganz schön komplex. Ich dachte mir, ey, das muss doch irgendwie einfacher gehen, oder? Und deshalb, für alle Influencer da draußen, habe ich ChatGPT einfach mal gefragt, ey, erklär mir das doch mal wie für einen Vierjährigen. Stell dir vor, du bist ein kleiner Stern, der sein eigenes Spielzeugunternehmen hat. Jedes Mal, wenn du ein Spielzeug verkaufst, bekommst du glitzernde Sterne als Belohnung. Aber pass auf, denn die böse Wolke namens Steuern kommt vorbei und nimmt einige Sterne weg, damit das Land, in dem du lebst, funktionieren kann. Jetzt, wenn du viele Sterne sammelst, ist es wichtig, dass du immer ein paar Sterne für später aufbewahrst. Das ist wie eine Schatztruhe für dich. Denn wenn du nicht genug Sterne aufbewahrst und die Geschäfte nicht so gut laufen, könntest du in Schwierigkeiten geraten. Das Finanzamt ist wie ein freundlicher Riese, der sicherstellen möchte, dass alle Sterne fair geteilt werden. Du musst dem Riesen sagen, wie viel Sterne du verdient hast, damit er die richtigen Steuern nehmen kann. Vergiss nicht, dem Riesen alles zu erzählen, damit er nicht böse wird. Bruder! Wichtig, Leute! Sag dem Riesen alles, ansonsten kommt der Riese und macht dich zu Matsch! Wenn Chet GPT das auch sagt, wichtig! Manchmal passiert es, dass trotz deiner besten Anstrengung die Sterne knapp werden. Wenn das passiert, ist es wichtig, Hilfe zu holen. Du könntest mit dem freundlichen Riesen sprechen und ihm sagen, dass du Schwierigkeiten hast. Er könnte dir helfen, eine Lösung zu finden, damit du nicht alle Sterne verlierst. Aber mach dir keine Sorgen, kleiner Stern. Wenn es wirklich, wirklich schwierig wird und du keine Sterne mehr hast, könnte es sein, dass du dem Riesen sagen musst, dass du deine Schatztruhe nicht mehr öffnen kannst. Das nennt man dann Privatinsolvenz. Aber das ist okay, denn der Riese möchte dir trotzdem helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Boah, das ist voll süß erklärt, Alter. Also jetzt mal for real, das ist richtig gut erklärt. Denk dran, immer genug Sterne aufzubewahren, mit dem freundlichen Riesen zu sprechen, wenn du Hilfe brauchst und eine Lösung zu finden, damit dein Spielzeugunternehmen immer glänzt. Und jetzt schlaft schön, liebe Kinder. Ey, das ist super gut. What the f***? Jetzt will ich auch Privatinsolvent werden. Leckt euch gut zu und gute Nacht. Was gibt es für eine schönere Einschlaff-Geschichte, als einen kleinen Stern, der Privatinsolvent geht, weil er nicht genug Steuern zahlen kann an einen großen Riesen. Ja, falls ihr Kinder habt, lest denen die Geschichte gerne heute Abend vor, ne? Voll süß. Also ne, mal ehrlich, voll süß. Eigentlich sollte ja jetzt alles klar sein, oder? Aber warum passiert denn das trotzdem so oft, dass YouTuber immer noch pleite gehen? Das funktioniert folgendermaßen. Falls ihr es also nachmachen wollt, hört gerne jetzt genau zu. Denn, ganz wichtig bei der Sache, damit du weißt, wie viele Steuern du zahlen musst, machst du eine Einnahmenüberschussrechnung. Du nimmst deine Einnahmen, also alles, was du verdient hast in einem Jahr, ziehst die Ausgaben ab und dann am Ende hast du deinen Gewinn. Oder halt eben deinen Verlust, wenn du mehr ausgegeben hast, als du verdient hast. Auf diesen Gewinn zahlt man dann Steuern. Das bedeutet aber auch, du musst auf jeden Fall das Geld vorher verdient haben. Also die Summe, die du an Steuern zahlen musst, kann nie höher sein, als das, was du eigentlich verdient hast. I doubt it. Ja, aber, aber dann müsst ihr I doubt it. Ja, eigentlich immer genug Geld da sein, um die Steuern zahlen zu können. Richtig. Ja, aber wie können dann Leute trotzdem pleite gehen? Das, liebe Kinder, ist ein Ausgabeproblem. Wenn man also mehr Geld ausgibt, als man eigentlich übrig hat, dann hat man Schulden plötzlich. Klingt jetzt sehr einfach, klingt auch ein bisschen ironisch, ist aber doch ein bisschen kniffliger, wenn man selbstständig ist. Und das ist auch der Grund, warum das immer wieder Leuten passiert. Denn du zahlst die Steuern zum Beispiel in einer Vorauszahlung. Ja, da wird geguckt, okay, wie viel hast du verdient? Okay, so und so viel musst du dann jeden Monat schon mal zahlen, damit du am Ende nicht so viel draufzahlen musst. Sagen wir, du verdienst im ersten Jahr 50.000 Euro. Erstmal, super, gut, herzlichen Glückwunsch. Daraufhin wird dann dein Steuersatz festgesetzt, du musst dann so und so viel jeden Monat ans Finanzamt zahlen. Im zweiten Jahr verdienst du auch 50.000. Super, sehr gut. Ja, Kohle kommt rein, du machst weiter dein Zeug und zahlst weiterhin fleißig deine Steuern. Läuft alles. Im dritten Jahr verdienst du sogar 150.000 Euro. Ey, das läuft richtig gut, geil! Und jetzt passiert folgendes, die Steuer sagt, ah, du verdienst ja auch mehr, da musst du mehr vorauszahlen. Dein Satz wird also angehoben. Und gleichzeitig machen halt viele den Fehler, dass sie denken, geil, ich hab ja auch mehr Geld verdient, ich kann ja jetzt auch mehr ausgeben. Größere Wohnung, teures Auto, Markenklamotten, Highlife, dann läuft alles richtig geil, ja, du lebst im Luxus. Und dann verdienst du im vierten Jahr, weil's vielleicht nicht mehr so gut läuft, nur noch 20.000 Euro. Und plötzlich musst du ja weiterhin diesen hohen Steuersatz zahlen, der ja aus dem Jahr davor und, äh, wo ist denn eigentlich die ganze Kohle hin? Achso, in dem, in dem Mercedes, ja. Und, ach, da war ja noch was über, was ich auch noch zahlen musste aus den Jahren davor. Ja, jetzt ist blöd. Weil das Ganze immer zeitversetzt passiert, kann man da sehr schnell den Überblick verlieren, wenn man da nicht ganz genau aufpasst. Und Tanzverbot hat auch gesagt, ey, das, was jetzt Kacke war, was richtig reingesetzt hat, waren die Jahre 21 und 22. Da hab ich nämlich mehr verdient, als ich eigentlich am Anfang gezahlt hatte. Deshalb muss ich jetzt viel nachzahlen für diese Jahre. Das merkst du aber erst in 23, wenn du die Steuererklärung machst. Wenn du in 23 aber kein Geld mehr hast, um das zu zahlen, was du an Nachzahlung noch machen musst, dann hast du ein Problem. Das liegt halt daran, dass du als Influencer nicht jedes Jahr gleich viel verdienst und man sich dann denkt, ach, vielleicht geb ich mal hier mal ein bisschen aus, da mal ein bisschen aus. Denn klar ist das ein schwieriger Prozess und man kann es auch nicht immer einfach überblicken, aber man muss dazu sagen, das Geld muss eigentlich da sein. Du musst es vorher verdient haben, sonst hättest du es nicht an Steuern überhaupt abgeben müssen. Du musst nie mehr Steuern zahlen. Ja, ich widerspreche da. Also das, es gibt, das ist ja das Problem an dieser Regelung, dieses, diese, diese drei, dieses Drei-Jahre-Paradoxon, das, also das passiert. Es kann den Moment geben, wo überverhältnismäßig viel von dir verlangt wird. Ich weiß nicht, ob es richtig zu sagen ist, also ich würde grundsätzlich zustimmen und sagen, es kann nie mehr verlangt werden, als du, als du besitzt, aber es kann auf jeden Fall mehr verlangt werden, als du verdienen, verdient hast zum jetzigen Zeitpunkt. Weil sich das auf Basis der Vorsteuern, die kommen, ne, weil der angesetzt wird, der, der, der Abschlagszahlung, die du machen musst, wird halt vergrößert, weil die davon, weil die damit rechnen, dass du mehr verdienst, dann ist das halt, mit einem Timing-Problem kann das sehr unangenehm sein. Und dann klatschst du da, fällst du aufs Maul, Bro. Im Jahr, als du verdient hast. Ja, das richtet sich ja immer nur prozentual danach. Deshalb, liebe Kinder, denkt immer dran, wenn euch eine Influencer erzählt, ah, ich hab 50, 100, 200.000 Euro Steuerschulden, die müssen, in the first place, nochmal mehr Geld verdient haben. Ist es denn nicht das beste vernünftige Lösung, wie zum Beispiel Paluten oder Kaiser das machen, Geschäftskonto nehmen und sich davon ein gewisses Gehalt auszahlen, so macht das immer Geld in der Rückhand? Ja, also die vernünftigste Lösung ist eine Firma zu gründen und alles über die Firma abzurechnen und sich dann anzustellen an der Firma. Sich bei der Firma anzustellen und sich ein Gehalt auszuzahlen. Weil dann bezahlst du nur die Einkommenssteuer auf das Gehalt. Alles, was in die Firma gepackt wird, das wird nochmal separat versteuert. Und dann hast du halt eine gewisse Sicherheit, weil es dann auch so ist, dass die nicht an dein Privatvermögen ran können. Aber da ist halt das große Problem, wenn junge Leute in schneller Zeit viel Geld verdienen. Denn du siehst diese großen Summen, die jeden Monat auf dein Konto kommen und denkst dir, ach, ich mach ja hier die Vorauszahlung, was wollt ihr denn alle? Das ist auch meine Kohle dann. Und dann gibst du es aus und dann kommt die Nachzahlung, weil die Steuer für jedes Jahr neu berechnet wird und wenn du mehr verdient hast, musst du mehr Steuern zahlen und dann merkst du, oh, f***, jetzt hab ich ja viel mehr ausgegeben, als ich eigentlich hab. Und deshalb hier für euch drei coole Tipps, damit ihr nicht pleite geht. So, jetzt Stift und Zettel raus und alle mitschreiben, ne? Erstens. Das hört sich total logisch an, warum macht das nicht jeder? Es gibt einen gewissen Grund, warum man das nicht macht. Das ist, hat ein bisschen was mit Datenschutz zu tun und der Tatsache, dass Firmen auch auf eine gewisse Art und Weise einsehbar sind in gewissen Details. Holt euch einen Steuerberater. Und zwar einen guten. Irgendjemand, der das für euch überblickt und organisiert mit der Anmeldung und der Vorauszahlung und der Erklärung und all dem ganzen Kram. Glaubt mir, das ist das bestinvestierteste Geld eurer Karriere. Tipp Nummer zwei. Macht euch zwei Konten. Ein Konto, wo eure ganzen Einnahmen draufgehen. Ja, da wird dann alles gesammelt. Da könnt ihr dann die Steuererklärung einfach machen und so. Und ein zweites Konto für eure alltäglichen Ausgaben. Ihr bucht euch quasi immer wie ein eigenes Gehalt rüber und dann könnt ihr das Geld da ausgeben und den Rest fasst ihr besser nicht an, weil der ist für die Steuer. Das klappt aber nur mit Tipp Nummer drei. Plant euer Budget. Überlegt euch vorher, wie viel ihr ausgeben solltet und wolltet und wie viel ihr besser zur Seite legt. Denn besser ist es, mehr zur Seite zu legen, als am Ende nichts mehr übrig zu haben. Plant also ruhig 50% von dem, was ihr bekommt, für Steuern ein und dann, wenn am Ende weniger abgehen, ist gut, habt ihr ein bisschen mehr. Aber die Umsatzsteuer schon abziehen, die gehört euch von Anfang an nicht. Wie gesagt, durchlaufende Posten, ihr merkt, das ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema. Und deshalb werden wir vielleicht auch weiterhin Influencer sehen, die sehr viel Geld verdienen und trotzdem pleite gehen. Komplexes Thema, junge Leute, ganz, ganz viel Geld und ganz ehrlich, es ist schon geil, irgendwie mal in einem Lamborghini zu sitzen. Wir sehen aber immer wieder, so auf Dauer passiert das selbst aus dem Besten, dass man dann am Ende da sitzt und sich denkt, oh, wie soll ich denn jetzt meine Rechnung bezahlen? Und ich bin sicher, da draußen sitzen noch mehr, die genau das gleiche Problem haben, Millionen Reichweite, aber nicht wissen, wie sie die Steuern nächsten Monat zahlen sollen, euch aber das natürlich nicht sagen. Wenn ihr euch also die ganzen Aufnahmen seht und euch denkt, ey, wie können sich die Leute eigentlich diese Autos leisten und diese Wohnungen und alles? Entweder haben die wirklich richtig, richtig, richtig viel Geld verdienen. Stay, er sagt 50% richtig sichern. Reicht das wirklich oder ist es besser, das Zweidrittel, Dreiviertel abzusichern? Also ich möchte das nochmal, ich, ich kann das nur anekdotisch sagen, ne? In meinem besonderen Fall hatte ich nach einer, vor dem Auswandern, nach einer Steuerprüfung, die tadellos lief, eine, nee, es war vorher, die Steuerprüfung war danach, vor der Steuerprüfung, einen Knackpunkt, wo ich nachzahlen musste, die aktuelle zahlen musste, also die aktuellen Vorauszahlungen und noch mehr Vorauszahlungen. Also es hat sich einfach summiert, dass ich ganz am Ende mit allem zusammen, also mit der Steuererklärung von dem, was du verdient hast und den neuen Vorauszahlungen, die gestiegen sind, einen Betrag hatte, der weit über 100.000 Euro lief. Und ich hätte das nicht zahlen können, wenn ich nicht alles zur Seite gelegt hätte. Und das liegt nicht daran, dass die mir gesagt haben, dass ich das, das lag nicht daran, dass ich da irgendwie für die Vergangenheit nur zahlen musste, sondern das lag daran, dass ich auch die Vorauszahlungen, diese neuen großen Vorauszahlungen leisten musste, die dann auch quartalsmäßig auf dich zukommen. Und das waren knapp 150.000. Und das, was Tanzverbot beschreibt, das, was viele andere dann trifft, ist, dass diese Zahlung, Zahlung, wenn sie denn dann kommt und du nicht darauf vorbereitet bist, ganz schön wehtun kann. Und das ist noch, und das, und das, was dir dann das Genick bricht, sind vielleicht nicht die Steuerzahlungen. Das, was dir das Genick bricht, ist die gesetzliche Krankenkasse. Weil wenn du zu dem Zeitpunkt gesetzlich krankenversichert bist und die enormen Nachzahlungen kommen, dann wird die Krankenkasse deine Krankenbeiträge nachberechnen. Und die Krankenkassenbeiträge können bis zu 900 Euro, knapp 900 Euro im Monat sein. Und für den Fall, dass du das nicht mit einberechnest, ich meine, das ist ja alles fair und square, Sozialsystem und so, let's go, ja. Wenn du das nicht mit einberechnest, dann bricht dir nicht die Steuer das Genick, sondern die Krankenkasse. Das haben viele auch gar nicht auf dem Schirm. Für euch ist die Krankenkasse ja unter Umständen etwas, das ihr gar nicht mit beachtet. Darum ist es ja so absurd, dass es für Solo-Selbstständige oder für Selbstständige so viel attraktiver ist, sich privat zu versichern. Weil du bei der Privatversicherung einen ganz entscheidenden Faktor hast. Natürlich ist der Nachteil, dass es ein privates System ist. Aber du kannst nicht nachzahlen. Du zahlst nicht nach. Du zahlst leistungsorientiert. Und das ist egal, was du verdienst. Und darum ist es so, ist es vielleicht doof, dass es ein Privatsystem gibt, aber es ist auch echt verdammt attraktiv. Es ist halt auch echt verdammt attraktiv, dass es sowas gibt. Und selbst üppige, besonders für gesunde, junge Leute, weil übrigens, vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, private Krankenversicherungen berechnen sich an zwei Werten. Erstens, wie ist dein Gesundheitszustand und was für Leistungen möchtest du? Wenn dein Gesundheitszustand gut ist, dann wirkt sich das auf deine private Krankenversicherung aus. Wenn deine Leistungskatalog mäßig ist, wirkt sich das auch auf die private Krankenversicherung aus. Das heißt, du kannst für einen abhängigen davon Selbstbeteiligungsfaktor dann halt deutlich weniger bezahlen und hast deutlich weniger Angst davor, dass wenn dein Verdienst schwankt, du deswegen nachzahlen musst. Das hat natürlich andere Nachteile. ...dient und können sich das leisten. Oder, die werden auf kurz oder lang ein finanzielles Problem bekommen. Und eigentlich wünsche ich das niemandem, dass einem das passiert. Ja, gerade nicht nach diesem Video hier. Aber ich würde Trimax schon gerne sehen, wie er jemandem auf die Passe haut. Ich hau den in die Passe. Man sieht aber auch wieder an den Beispielen der Leute, so richtig glücklich macht das auch nicht. KS Freak, der jetzt mittlerweile wieder als Barkeeper arbeitet. Tanzverbot, der sich ärgert über 200 Designer-T-Shirts. Irgendwie ist das Ganze auch kacke, oder? Klar bockt das im ersten Moment und man fühlt sich irgendwie krass und so, aber on the long run gewinnt man dadurch auch nichts. Ey, wenn euch das glücklich macht, kauft euch die Louis Vuitton-Sachen, aber beschwert euch dann am Ende hier nicht. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch bringen werden, wer sich dann doch melden muss und sagen muss, ah, ich hier, I'm sorry. Und ich hoffe echt nach dem Video, dass ich das nicht bin. Oh, das wäre peinlich. Wir werden sehen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt zu dem ganzen Thema. Vielleicht seid ihr auch selbstständig und habt ähnliche Erfahrungen gemacht oder sagt, boah, ey, die soll mal echt nicht rumheulen da. Nicht so viel ausgeben, wie man verdient hat, kann ja nicht so schwer sein. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr interessantes Video. Sehr, sehr interessantes Video. Natürlich genau mein Thema, ne? Dankeschön, Klingan. Also ich muss sagen, ich glaube, widersprechen ist falsch. Ich will ihm gar nicht widersprechen. Ich sehe ein paar Sachen aus einem anderen Blickwinkel anekdotisch. Das habe ich ja schon gesagt, weil gewisse Dinge passiert sind so. Und es wird auch immer wieder junge Leute geben, junge Leute geben, die einfach in diese Sachen reinrutschen, weil sie nicht vorbereitet sind. und ich will sie gar nicht dafür verurteilen. Ich denke, Tanzverbot hat uns allen gezeigt, dass jeder so mal seine Problemchen haben kann und ich hoffe, Tanzverbot kommt wieder auf die Beine. Das liegt aber auch daran, dass Tanzverbot kein schlechter Mensch ist. Ich glaube nicht, dass Tanzverbot ein schlechter Mensch ist. Der kriegt das schon wieder hin, Alter. Ne? Kuss, kuss. Warum haben wir das nicht in der Schule gelernt? Der Grund, warum Steuerrecht nicht in der Schule gelernt wird, ist, weil der Arbeit, also das kann man nicht anders, als es ist eine Verschwörungstheorie. Ich sag mal, ich sag mal, das ist eine Verschwörungstheorie, aber ich nenne es mal, in der Schule Steuererklärungen oder Steuerrecht lernen würdet, Native, sagen wir mal in der 7., 8., 9., 10. Klasse, dann wäre es viel zu einfach für euch nachzuvollziehen, wann ihr von einer, in einer Situation selbst als Arbeitnehmer Geld zurückbekommt. Ich halte es für eine Verschwörungstheorie zu sagen, der Staat will euch dumm halten, die da oben. Aber es deutet sich schon echt, es deutet schon so ein bisschen darauf, hin, das ist ein paradoxes Problem auch. Wie kann denn jemand, also es gibt, im Steuerrecht ist es so, du bist für deine Steuerentscheidung verantwortlich, du kannst deine Steuerentscheidung, weil du sie nicht raffst, aber nicht treffen. Darum gehst du zu einem Steuerberater, der aber nicht dafür verantwortlich ist, wenn er Entscheidungen trifft, die steuerrechtlich kacke sind. Weil du kannst es, du raffst es ja nicht. Versteht ihr? Der normale Martin rafft die Steuern nicht, geht zu einem Typen, der die eventuell besser rafft, dann passieren Fehler, dann passieren Probleme und dann steht er dafür gerade, weil er es nicht rafft und er sich von jemandem beraten lassen hat, der ihm vielleicht nicht so sehr geholfen hat, wie man meinte und er muss dann dafür gerade stehen. Und das ist halt lame. Es wäre besser, wenn jeder Native verstehen würde, wie das Steuerding funktioniert, damit jeder Native verstehen kann, hey, was muss ich machen, was muss ich nicht machen. Weil imagine, was das für ein krasser Mindfuckers wäre, wenn jeder von euch wissen würde, selbst als Arbeitnehmer, wann er welche Ausgaben auf seiner Steuererklärung machen kann, damit er unter Umständen jedes Jahr Geld zurückbekommt, das ja über seinen Lohnzettel weggegeben wurde. Und das ist lame. Das ist richtig lame. Und dann haben wir Musik in der achten Klasse. Weißt du, lieber Musik oder Kunst in der achten Klasse. Hier, Ethik. Hä? Mach die drei Fächer weg. Steuerrecht, Medienkompetenz und dann guckst du, ob du noch irgendwas anderes findest. Und das Native einfach ab der fünften Klasse. Also wirklich, das ist ein Triggerpunkt, sage ich, wie es ist. Aber dann Religion lernen, Digga. Religion. Ob du besoffen bist. Ethik. Pff. Was für eine Verschwendung meiner Zeit. Wisst ihr, was das für eine respektlose Scheiße ist? Was Schule oftmals für respektlose Scheiße ist? Wir haben uns gestern darüber unterhalten, wie Pünktlichkeit so ein bisschen mit den Werten spielt. Du bist pünktlich und es ist wichtig, dass du pünktlich bist, weil wenn du pünktlich bist, dann respektierst du dein Gegenüber, weil du respektierst deine Zeit. Wenn man diesen Maßstab mal nimmt, muss man sich mal vorstellen, was Schulzeit für eine respektlose Zeit ist. Für alle Beteiligten. Was das für eine respektlose Scheiße ist, Alter. Das ist ja zum großen Teil Zeitverschwendung. Also nicht für, nicht für alle Themenbereiche, aber Alter, Ethik, Kunst, Musik, go f*** yourself. Als Lehrer sage ich dir eine Sache. Wir sind nur eine Aufbewahrungsanstalt, damit die Eltern arbeiten können. Fühlt sich bestimmt manchmal so an, Alter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.